Untertitelung des ZDF, 2020 Und selbst wenn was falsch ist, es macht gar nichts 40 Jugendliche tanzen, Kontakthof Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt Ich habe gedacht, wir wollen so ein bisschen tanzen Ein Stück von Pina Bausch Als ich von der gehört habe, ich so, erst mal, wer ist das? Ich kenne die Frau nicht Bei jedem Schritt sind Gefühle im Spiel Nähe Distanz Zärtlichkeit Vertrauen Unsicherheit Scham Und immer wieder Mut Ich bin da vielleicht so ein bisschen eigen Ich öffne mich halt nicht so gerne vor anderen Leuten Man hat Freundschaften geschlossen Mit Leuten, die man so auf der Straße sehen würde Sagen, oh nee, lass mal lieber Dass das so eine wunderbare Gemeinschaft geworden ist Und das macht mich glücklich, ja Nee, ich bin nicht aufgeregt Ich weiß nicht, wer hat können Aber ich habe oft genug geübt Tanzträume In Erinnerung an Pina Bausch Ich bin ja, 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 ich